Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Republik und wir sind ganz genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Nämlich in diesem komischen Nebenraum da, keine Ahnung, in diesem Biolabor oder was auch immer das hier ist. Dann gehen wir mal direkt hinein und gucken uns mal... Ach nee, warte, der Fernseher. Wir wollten ja noch den Fernseher anrufen. Da. Weil wir die Anrufe haben, wissen wir, wo es zurückgeht. So, als wir alles sequenzieren, können wir die originalen Messagen oder die digitale Informationen, die du in da bist. Mhm, gut. Lack jetzt irgendwas rum? Nee. Okay. Dann mal schauen, was wir jetzt hier noch so Schönes finden. Irgendwann eine Kamera, wo ich viel mehr sehe von dem Raum. Achso, das ist bloß so ein... Gut. Wir wollen mal hier rüber. Ich gucke erst mal hier rein. Ah, da ist irgendwas. Was fotografieren. Nehmen wir noch was zum Einsammeln. Okay. Dann gehen wir hier hin. So, wo ist das hier? Da. Oh, mit Blutenblätter. Be careful, sir. That is poisonous. Yes, Mammoth, I know that. A bar. Yes, sir. You know that. One of the female mirrors is having an issue I think you may be better suited for. I will be right there. Why is all of this out? I'm extracting toxin. Why? Because I want to know. Are you making a weapon? Why would you say something like that? I am merely considering who we work for. You're being a helmet. Occupational hazard. Ich erwähne hier oft nicht irgendwie diese Spiegel. Was soll man damit gemeint sind, mit diesen Spiegeln? Okay. Oh, hier liegt doch irgendwas, oder? Ja, da liegt das aber. Sie nimmt es nicht mit. Jetzt. Es ist irgendwas. Aber bloß ein blödes Buch. Was soll ich schon damit? Gehen wir hier rüber. Was machen wir hier so? Fotografieren. Hier. Bolzensteiner. Ah, da können wir dann die Kette durchtrennen. Oh, was ist das Rote? Dieser Fliegenschwurm. Die hat aber zu laut gemacht. Jetzt kamen Mammut hier rein. Don't be so careless. Ja, da hat er jetzt den Bolzensteiner da mitgenommen. Ja, Datenschieber. Was ist von Bienen? Das ist unnützig. Okay, wo kriege ich jetzt den? Sein Item. Achso, da hier sind solche Bienenwetter. Könnte ich eigentlich wieder auch raus? Ne, glaube ich nicht. Oder irgendwo noch was fotografieren tut. Okay, da muss ich wahrscheinlich auf die andere Seite. Könnte ich das bei dem Taschendiefstein machen, oder was? Moment, da ist doch hier so ein Bienenschwarm, ne? Ja. Mensch, Kamera. Ich will hierbleiben, damit ich wenigstens sehe, wo ich hinlaufe. So, hier ausfotografieren. Da. Gänzchen. Honig. Was I am saying is, is if something happens, I hope you rescue your two-legged children before your six-legged ones. Of course. You are being insane, Abbaal. Besides, nothing is going to happen to us. You know that. Abbaal. Of course. Say, if my bees die, so do your precious flowers. The desert rose is renowned for surviving in adverse conditions. I am sure they can live without your colony. My bees make honey. What do your flowers yield? Death. The roots are quite toxic. Therein lies the difference between you and me, Abbaal. As a hobbyist, I don't delight myself with pain and suffering. You do not have to. As an occupation, your bees are content to do it for you. Okay. So, gefährliche Bienen und gefährliche Wüstenrosen. So, Dings, ist der jetzt hier lang gelaufen? Nee, ist doch gut. Boah. Das sieht aus wie nicht. Oh, ich kann hier rein. Ja, dann gehen wir hier rein. Also, ich nehme doch wieder den. Alter. Und die ganze Zeit ploppt hier die Kamera von rechts nach links. So, der Dicke, der ist draußen von der Tür, glaube ich. Ja, da ist er. Gut, da kann ich jetzt hier erstmal das ganze Zeug anschauen, also, wo das ist. Overseer. How may I help you, sir? Oh, please don't get up. I am actually looking for Dr. Peretz. I believe he is reading to the mirrors. Reading? They received that sort of stimulation then? Only very recently. It is your manifesto. Our manifesto. Of course. Is this yours? I am sorry I did not inform you that I will be bringing a radio. It is okay. I do not use it anymore. Why is that? Mammoth. He... He gets upset. He heard me tell Noam, Dr. Peretz, that the radio waves cut through our brains. They are invisible signals. Mammoth did not like that. And once he has an idea in his head, it is difficult to get rid of it. I see. I would like you to start using the radio again. But only when Mammoth is around. Sir. Yes, yes, I will watch for Mammoth. Whenever he enters the room. What is the scientific purpose of this? You said Dr. Peretz was with the mirrors. I think I will go see him now. Yes, sir. Okay, I believe he is a... He is a nice. He is a nice. Or whatever he is. That is, I believe, I believe he is just a Tarn. I believe he makes here some... I believe he is a metamorphosis. He makes, I believe, I believe he is a... Experimente or something. I believe the Spiegel, that is the whole Teenager. Also here, like Hope, for example. They are, I believe, as Spiegel bezeichnet. Or what do they mean? They are not. Not currently. Not currently. Good. I have just the person in mind for you. Do you know Dr. Amash? Never heard of him. You'll like her. Her? Her. Yes. Does it bother you? Does what bother... That Dr. Amash is a woman? Of course not. Okay. She's American? Uh, no. Iranian, I think. Dr. Peretz, what would you say is the most important consideration in your particular field? Ethics. Ethics? Are you ethical, Dr. Peretz? Certainly. No, you are not. If you were, I wouldn't be here in your office right now. Are you offended? A little bit. You are however principled. And that is why I am here. Do you know what I am proposing to do with in my research facility? I think I do. I'm going to ask you again what is the most important consideration in your particular field? For me personally. Can it be done? I'll see you Monday. And together we'll find out. Okay, okay, so, irgendwie, na, you know, you know it's schon. Irgendwann hier noch? And that's why I'm from the other, I'm okay. Heat is out. Not just my office. The entire building. I'm pace. Yes, keep the blood flowing. These are beautiful. Thank you. And they grow right here on the windowsill. Most times of the year. You see them on the roads. Fields of them. Growing freely. I'm afraid I didn't see much besides snow. People think this country is all desert. Hot, flat, dry. But we are high up in the mountains. May I sit? You are a gifted comparative genomicist. Genomicist. Keine Ahnung was it is. You offer me a job. An opportunity. Did your medical director explain it to you? Briefly. Encoding. Precisely. Are you up to the challenge? Dr. Amash. With all due respect. It is not much of a challenge. A Zettabyte may be a lot of data for you, but for us, it is a trifle. At most we are talking about a gram of synthetic DNA. Okay, I'm not talking about synthetic DNA. Then where do you want your data stored? Okay, irgendwas mit Datenspeicherung in DNA. Ah. Keine Ahnung. Was haben wir hier noch? Magadamienüsse. No. 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 Bar, what is it? Sit down. I think we killed someone. What? Stop. Stop this pacing. Sit. About what happened. Not. Not you. A pre-cow. We drowned him. We must have drowned him in the moat. Why was a pre-cow in the moat? I don't know. At first I thought it was one of ours. Then I was sure a pre-cow had found us out. But it was a pre-cow. A male pre-cow. Okay. Okay, Abad. We have to get him out of there, okay? I feel so bad for Mama. Abad, we must leave here. We can make this go away, right? It is worse than that. I heard the transmission. Okay, that's what I was trying to tell you. You are right, Abad. It's the American government. You are right. They will put us in jail. They will lock us away forever. We'll figure something out. At first we must get the pre-cow out of the moat. We bury him before anyone knows he's missing. When did life become this? Okay, that's what I'm saying. With every message, it's always mysterious. So. Where do we go now? What have we got to find out? These are just a lot of bien. These are all over all just bien, 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 bien. Well, I think I must have to- Well, I think I must have to- The Dicken here The, 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 the... The Boatsenstater clown. Where is the now? Ah, there in. Ah, here can I not more... Here I can't see anything more, if it's too far away. ist. Dann gehen wir hier hin oder am besten dahin. So, wo ist er? Mensch! Kameraswitch drin. Meine Güte. Wo ist er? Da ist er. Okay. Jetzt muss er zurück. Das heißt, ich gehe mal hier in Deckung. Mal gucken, ob er jetzt hier hinten lang geht. Und der wird jetzt, glaube ich, hier dann lang gehen und dann können wir hinter ihm gehen und das wegsneaken. In dem Moment dreht er sich um. Ich habe jetzt eigentlich damit auch gerechnet, dass Hope weg geht, wenn hier irgendwo... Sie geht ja immer so hin und her und um Objekte rum. Aber jetzt war es wieder zu blöd, das zu machen. Das ist so. Oh, die ganzen... Muss ich das jetzt alles nochmal hier machen? So, dahin. Dahin. Ich kann da jetzt diesen... Ne, hier wollte ich eigentlich nicht hin. Das sind da... Das ist immer ein bisschen blöd, dass man die... Muss ich die da nochmal scannen? Ne, okay. Die sind schon... Dass man, äh... Manche Kameras einfach nicht sehen kann. Jetzt geht's hier da durch. Man muss halt immer erstmal eine andere Kamera wechseln, um sie dann, äh, sichtbar zu machen. So, wenn er jetzt zurückkommt, gehe ich um die Ecke und... Ich biete sie einen Zweck. Ich glaube, hier in dem Gang ist auch noch eine. Ja, genau hier. Aber die sehe ich erst, wenn ich in dieser drin bin. Wenn ich in der drin bin. Hier, dann wäre die Kamera eigentlich hier. Aber ich sehe sie nicht. Sind sie nervig. So. Ne, der dreht sich da so blöd um. Ich habe ihn. Bolzknader mit Film? Ne, einfach nur Bolzknader. Oh, hier liegt da noch irgendwas. Im Regal. Was haben wir hier? Ah. Ah, ja. Mal gucken. Äh, na gut, wir können jetzt einfach durch den Haupt... Durch... durch den Hauptgang oder raus. So, jetzt sind wir wieder draußen. Und da bauen wir noch den Bolzenschneider. Also direkt mal hin. Diese Chains sind schwer. Es ist immer erstaunlich, wie in Spielen einfach immer ein Bolzenschneider einfach so... Und schon ist die Kette weg. Also es ist... Auch mit dem Bolzenschneider braucht man ganz schöne Kraft. Vor allem wenn das... Das ist ja nicht nur eine Drahtlosung. Das war eine massive Eisenkette. Die durchzuschneiden ist ja nicht so, dass man sagt Bolzschneider und dran halten und weg. Und HOPE ist ja jetzt auch nichts. Es ist halt... Ja, ein junges Mädel. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so einfach... Einfach die Kette durchgewercht kriegt. Ich glaube auch nicht, dass das ein hydraulischer Bolzenschneider ist. Ein ganz normaler. Wo sind wir denn jetzt eigentlich hingegangen? Eine Krypto oder was? Oh, Datenschieber. Ja, bitte. Teil dabei. Wo ist Fluss? Also hier ist noch eine Petrischale? Hallo, Petrischale. Ne. Oh, das ist keine Bitte. Ah, das ist ein... Äh, ein Zahnrad. Da können wir diese Türe öffnen. Das ist natürlich cool. Dr. Perrette sagt, mirrors do not work under water. Das Spiegel unter Wasser kaputt gehen. Oder sind das vielleicht alle Klone? Hier sind wir künstlich gezüchtete Menschen. Also die, die ganzen... Äh, Teenies hier sind das irgendwie künstlichen Menschen. Da sinkt der Bolzenschneider einfach hier so voll offensichtlich rum. Egal, wir können jetzt da hinten... Das, äh... Das Gearbox einsetzen, das Zahnrad. Da. Und... Da können wir vielleicht in diesen... Durch das Tor gehen und dann... Mal irgendwas Neues. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir jetzt dieses Wasser abstellen sollen. Weil ich glaube, das war ja ein Leck. Da muss vielleicht im Moment irgendwo die Hauptwasserader abdrehen. So, dann packen wir hier. Genau. Es passt. Yay. Drück den Knopf. Na dann. Aus hier. Der Garten ist durch dieses Garten. Wieso geht's zum Garten? Na dann geht's zum Garten. Oh, wie was sagt eigentlich? Die Uhrzeit. 25 Minuten. Kein Blut geschnitten. Ja, aber ich... Na... Ich guck mir mal... Ich guck mir mal ganz kurz jetzt im Garten ein bisschen um. Wie weit läuf ich da? Ich hab ja leider keine Garten. Oh, hier ist ne Taube. Oh, da ist schon ziemlich weitläufig, ja. Wunder. Naja, es geht eigentlich. Hier oben muss ich wahrscheinlich wieder hin. Gucken wir mal die Tür an. Das ist ne Augenscanntür. Okay, was sagt der Tattenschieber? Mhm. Vielleicht können wir ihn mit uns durchlaufen lassen, indem wir ihn denken, das ist eine Aufgabe, die er zu tun muss. Habe die Garten scannt, was ihr findet. Das Audio von ihm kann dann kombiniert werden. Okay, wir müssen also alles, was wir hier irgendwo finden, fotografieren und daraus extrahieren wir dann irgendeinen... Boah! Ey, diese Bildglitches irgendwie in diesem... Kapitel 4 jetzt, das ist richtig nervig. Ich würde sagen, dieses Raufen, dieses Leichte, das hätte gereicht, um zu symbolisieren, dass die Omni-Version nicht voll funktionstisch ist, beziehungsweise dass wir hier nicht vollen Zugriff haben irgendwie. Aber immer noch dieses übelst verzerrte Bild, was dann plötzlich so reinkommt. Boah! Ja gut, jetzt muss man hier jetzt abklappern und sich das alles anhören. Ich glaube, das würde jetzt dann wirklich den zeitlichen Rahmen sprengen. Und dann ist diese Folge wahrscheinlich ein bisschen kürzer als die letzten. Aber auch nicht so schlimm. Wir können uns auf der nächsten Folge auf jeden Fall auf was freuen. Da haben wir wahrscheinlich sehr viel Hintergrundinformationen wieder, die wir kriegen. Das Schöne ist, jetzt sind aber wirklich diese Audio-Schnipsel, die man bekommt, irgendwie wirklich interessant. Ich fand innerhalb von der Einrichtung da, da wollen die meistens halt so nichts sagen. Das waren halt irgendwelche Gespräche halt so vom Direktor oder irgendwelchen anderen Leuten, die sich über die nächste Wachablösung unterhalten haben. Oder über das Essen oder irgend sowas. Also übelst langweiliger Birnebanz. Ich hab da auch, also ihr habt viel weniger schon bekommen als es gab. Ich hab sehr viel rausgeschnitten. Einfach wirklich, weil das leeres Gesülze war. Was jetzt für das Let's Play einfach nur in die Länge gezogen hätte. Aber hier sind die sogar relativ interessant und man... Man fährt sogar ein bisschen was über die Story. So kommt so ein bisschen... Find ich besser gemacht. Obwohl hier dieses Bildfehler... Ätzend. Na gut, ich hoffe, es hat die Folge gefallen. Wie gesagt, beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder viel Story wie jetzt zum Anhören. Könnt euch was freuen. Danke wie immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.